Und da winkt einer herüber, Herr Professor Professor, ah, ich kenne ja. Und er sagt, vom Stoff weiß ich nichts mehr, aber ihre Geschichten, die waren leibernd. In Österreich gibt es einige, aber ganz wenige Beispiele ähnlicher Karriere. Ist das schon was, was in Amerika sozusagen leichter möglich war, so eine Karriere zu machen? Schaut, in Amerika haben junge Menschen, der Hanna wird vielleicht übereinstimmen mit mir, aber junge Menschen mehr Möglichkeiten. Österreich wird irgendwie regiert von Älteren. Und in Amerika hat man als Junge natürlich...